Christian, Markus und Stefan juckst in den Fingern. Die drei haben gerade ihre Jagdprüfung bestanden. Schießen konnten sie bisher nur auf dem Schießstand üben, fast nur auf stehende Ziele. Und jetzt sollen sie laufendes Wild treffen und es nicht nur verwunden. Da kommt ihnen gerade recht, dass Kaspar von Preising in Kronwinkel bei Landshut ein Schießkino aufgemacht hat. Da ist vorne eine Präzisionskammer montiert und das Kabel transportiert das an den Computer, wo die Signale verarbeitet werden. Nachher auf dem Bildschirm gibt es rechts oben die Trefferanzeige. Da sieht man, wo man das Wild getroffen hat. Und man kann wegen der Kamera nachverfolgen, wie man die Waffe geführt hat relativ zum Ziel. Kann so ein Computerspiel wirklich auf die richtige Jagd vorbereiten? Markus probiert es als Erster aus. Wildsau von links. Das Programm zeigt ihm genau, ob und wie er getroffen hätte. Und er bekommt Tipps vom Profi. Bevor sie in den Anschlag gehen, Wild erfassen und dann erst den Anschlag kurz mitziehen. Und dann ... Und dann ... Sauber. Also das war perfekter Schuss. Und jetzt darf Stefan ran. Enten schießen. Wunderbar. 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 Da haben Sie korrigiert. Dann sehen Sie auch, warum Sie die Ente quasi geraten. Auch so. Aber getroffen haben. So. Und dann etwas, was sonst nur draußen geht. Fasane schießen über Kopf. Das ist die höchste Kunst. Also für mich. Die Fasane ist sehr anspruchsvoll. Und dadurch, dass man hier aber einen Zielkitz mit einstellen kann, kann man also seinen Haltepunkt entsprechend trainieren und den Bewegungsablauf. Das bringt viel. Macht Spaß. Und dann gibt's noch großes Kino. Realfilm. Szenen, wie sie dem Jäger jederzeit im Wald begegnen können. Zwar auf Leinwand, aber dennoch erstaunlich realistisch, meint Markus. Man hat wirklich das Gefühl, man steht da im Freien. Und die Szenen, die sind ja eben noch realistischer als in dem anderen. Und da wird das sehr gut simuliert. Einschließlich Kläffen der Jagdhunde. Unserer Jungjäger hat den Nachmittag überzeugt, so ein Schießkino hilft, im Wald besser zu treffen und dem Wild unnötiges Leid zu ersparen.